Was ist Ihr Rang? Mein Rang. Ich bin Oberkommissar. Oberkommissar, okay. Genau, richtig. Da kann man dann ja auch tief fallen quasi vom Oberkommissar zur Leiche, richtig? Nicht so tief wie Sie. Na, das ist schon tiefer. Ja, um Gottes Willen. Also zur Leiche, da sehe ich mich persönlich aktuell nicht, muss ich dazu sagen.